So, da sind wir auch schon wieder. In der nächsten Folge. Wir lauschen und gehen weiter. Wir müssen uns diesmal ein bisschen mehr anstrengen. Okay. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Lebensdruck. Ein versklavter Geist. Der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen, Großmeister. Moment. Okay, gut. Wir erreichen die jetzt noch. Okay, wir sind noch im Radius. Sehr schön. Rein da. Ah, haben es geschafft. Hier hinten ging es also... Oh. Erinnert mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Prinzipic, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochrane. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Canway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Wettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Wollte ich die Pestverräter. Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Du hast nur die paar Leute hier? Ach, bitte. Der müsste uns eigentlich besser kennen und wissen, dass wir mit dem Moment hier locker fertig werden. Mein Gott. Und wieder einmal haben wir es nicht geschafft, den Typen dabei zu kommen. Kommt ruhig her. So. Und tschüss. Oh, warum nicht? Dann sind wir wenigstens aus der Zone raus. Mission beendet. Ob die meine Systeme dann mal nicht erfüllt? Oh, okay. Gut. Feedback geben. Diese Erinnerung bewerten. Ja, weil mir die Schleichperson nicht so gefallen, kann ich jetzt kein Minus geben. Ist ja normal. Ist wunderschön abwechslungsreich. Okay, grubiare Töten. Entkommen wir aus der Dings. Aber was will ich hier? Hier ist doch nichts. Oder ist hier vielleicht eine unkartierte Truhe? Nee, ist auch nicht. Was soll ich denn hier? Nur, um es anmütig zu werden, oder wie? Ja, ich will zurück. Gut, also in der Mission haben wir nicht viel erreicht. Wir haben gehört, wo die Polizist liegt, aber jetzt werden wir ja auch erwartet. Also von daher ist es ziemlich sinnlos. Okay, gut. Dann zurück auf unser Schiff. Habe ich irgendwo ein Boot? Boot, 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 Boot. Aber woher wusste der auch... Nein, natürlich, woher wusste ich. Das ist halt scheiße, dass gerade der dabei war mit. Sonst hätten wir das auch so geschafft. Aber na gut, okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt aufs Boot. Jetzt haben wir den Weißen entdeckt. Und wir wissen jetzt auch, dass wir Blut brauchen. Vielleicht gut, dass ihr April über Reden dazu in den See stechen. Uns weiterhin zu folgen. Ach ja, die Lade wird schon mal eine wunderschöne Abwechslung von abwechslungsreichen Dingen. Und da treibt etwas Frachtboot, Sir. Wunder, ob ich das... Äh, da A-Wall nix sagt. Holz und Stoff. What the fuck? Was ist das denn? Ne, probier mal kurz was, liebe Freunde. Ich kann da einfach nicht wieder zu stehen bei solchen... Was? Verfolger? Alle aus den großen Pferden! Good morning, lady! Alles gut! Bitte, gerne, wir sind's. Nö, okay. Hast du eventuell was? Nö, aber okay, gut. Und... Feuer! Feuer! An den Sehner! Ja! 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 Bereit zum Feuern, Käpt! Boah! Feuer! Feuer! Auf dein Zeichen, Käpt! Und der letzte! Wuuuuh! Das war's auch schon über das Schiff. Cool, okay, dann holen wir uns das Ding mal. Was war da drauf? Metall, okay, das können wir nicht versenken. Auf Segelraffen! Metall, das ist wichtig. Alle Segelraffen! Aber in dem Regen kann ich nicht die Schiff von der Hände kämpfen. An die Kämpfe Gegnern macht, du mal. Regen, Segel raus! Alles hier, die Rad sind aller Kraft! Dann ändern wir die Schalucke da jetzt mal... Schalucke, auf Ende des Schalucke. Ich bin so in Wunder, ich setze mal in die Renns. Ja, das war daneben. Ich bin so in Wunder. Und ich bin so in Wunder. Ich bin so in Wunder. Hallo! Hahaha! Tee war ein Getötet, nur mit der Kanone. Jawoll, so will ich das sehen. Und zurück zum Schauerrad. So... Hallo Leute! So... Ich hätte gerne euch in meiner Flotte Na Jungs, alles fit Und weiter geht Also noch ein paar Leute aufzugabeln Die sich anscheinend schon wunderbar da bekriegen Nooo Fuck, oh mein Gott Hui Sieben Mann verloren und die Welle hat uns aber ordentlich gestreift So Mist, die hab ich gar nicht gekriegt Mitgekriegt mein ich Ach du Scheiße Wie viel hat das, tausend real Da, da haben wir mal das Schiff hier Hallo Oh mein Gott, das war eigentlich ruhig geblasen Oh mein Gott, das könnte echt sein hinten losgehen Oh mein Gott, schaffe ich das Schiff noch? Hab ich da rechtzeitig hin? Komm schon Ohhhh Schauen wir uns schaffen Entwann Ja Wunderschön Das große Schiff haben wir Da waren glaube ich die 100 Metaile drauf und die 1000 real Dann Dann Hüben wir uns machen Läute Wir sind Leute Die keifen wir an Schiffern So Feinde Flacke zerstürmen Hier haben wir gekillt Hier haben wir gekillt Umgooood Sechse Greifen wir uns weiter an? Wenn sie kommt Fick sie in den Tod Wenn sie kommt Keiner nirg Setz fuß auf unseren Weg Ich steig hier unten Oh mein Gott Ich steig hier unten Ich steig hier unten So Stopp einfach So der auch noch Dann muss ich hoch Aufs Schiff Oh oh Let's go So Die Leute hier sind einfach mal So Ey Can we So Okay Ohol uns Und dann hören wir uns ganz schnell Die Flagge Ist echt cool aus Die Flagge Noch kurz Das Chaos sitzt Eingucken Ui Das wird gleich ordentlich nach hinten los gehen glaube ich Mit den ganzen Schiffen hier Flagge des Feilschiffs zerstören haben wir geschafft Und jetzt ist er der Schiff auf Rost, auf jeden Fall. Hallöchen. Oh, Mörsergeschosse haben wir bekommen. Wunderschön, Mörsergeschosse. Geil. Dann können wir uns ordentlich loslegen. Okay, gleich mal Fahrt aufnehmen. Gleich Fahrt aufnehmen. Oh, ich seh nichts. Hallo, ich seh nichts. Was soll der Scheiß? So, ist noch nicht mit ihm. So, und hin da. Komm schon. Das hat nicht gebrochen. So, drauf da, los, komm. Ja, also endlich. Und drauf. So, hin. Feuer! 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 Und... Feuer! Das wird sie versenken Ok gut, ein Schiff haben wir geholt, das andere wird gleich down sein So, entern und wieder Schiff auftanken Der Endgeil, wenn wir das wirklich schaffen würden gegen die ganzen Schiffe, wir hätten sowas von blitz gemacht im Endeffekt So eine Reihe Oh ne, aber kein Gedanke Auch kein Vier Fünf Na, hallo? Na, hallo? Ich kann euch, genau Ach, ok Noch zwei Das ist nämlich schon nebengekommen Neun Kommt die Schuhe noch ein Tod Ist sie gut Oh, schnell Schiff Schiff Alles muss man selber machen hier So, ok Dann haben wir wieder ein Schiff geräubert So, mal gucken wir zu drauf, hoffentlich mehr Metall Stoff Stoff Und schwere Kugeln, auch gut Checktour reparieren Und jetzt der Schiff dahin Und jetzt der Böden Und dann der Böden Was Und da war's grad Ja, der Sturm ist vorbei. Sturm ist vorbei, oh heidi deidi deidi. Und von hinten rein, los! Jawoll! Äh, getorn. War alles geschafft? Mehr war nicht, okay, gut. Ähm. Rum und Zucker, die haben wir uns auch noch. Haben wir alles versenkt, das ist echt geil. Unser Schiff wird echt richtig gut mittlerweile. Und wir haben schon wieder 7700. Ich frag mich auch, wo das Schiff in den Reals zählen. Wir haben schon fast 1000 Reals dabei. Soll ein bisschen eins von denen da sein. Sturm. Sturm. Okay, Sturm. 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 Boah, Leute. Ich hab was gariges gebracht diesmal, weil mein Schiff so bestimmt besteht. Im Feuer ist auch nicht schlecht. Sturm. So, 4 haben wir gekillt. 5er. 6er. 4. 9. Ach, und einer hat die Crew. Okay, okay, gut. 10 zu 1 für mich also. Na gut, okay. Die Crew, äh, auch ganz gut, ne? Ja, genau. So. Wir haben zwei Sterne. Und was mit dem Schiff passiert, meine lieben Damen und Herren, das erfahren wir in der nächsten Folge. Adios und bis morgen. So. 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 So.